Herzlich Willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel die Anfänge Roms und Etrusker beim Thema alte Kulturen. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Die Anfänge Roms und Etrusker Wegen der schon sehr lange andauerten großen Bedeutung der Stadt Rom, hat Rom den Namen ewige Stadt erhalten. Die Römer gehörten ursprünglich zum Stamm der Latiner, die am Fluss Tiber in Mittelitalien siedelten. Die nach den Latinern benannte Sprache Latein wurde durch den Titel Roms zu einer Großmacht und deren Verwendung als Sprache der römisch-katholischen Kirche, die sogenannte Kirchensprache und der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sogenannte Wissenschaftssprache bis zum heutigen Tag zu einer der bedeutendsten Sprachen der Weltgeschichte. Der Sage nach wurde Rom im Jahre 753 vor Christus, also 753 vor Christus, von den beiden Zwillingen Romulus und Remus gegründet. Beide Kinder waren angeblich noch als Säuglinge am Fluss Tiber ausgesetzt worden und von einer Wölfin gesäugt worden. Forscher haben herausgefunden, dass es um das Jahr 1000 vor Christus zu einer ersten Besiedlung der sieben Hügel Roms kam. In den ersten Jahrhunderten wird Rom, wie auch andere große Teile Mittel- und Norditaliens vom Volk der Etrusker beherrscht. Ab der Zeit um 600 vor Christus wurde Rom zu einem Königreich, das von einem etruskischen Herrscher regiert wurde. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema Königreich und Republik.